Hallo, hier ist wieder euer Knochen-Border-LP mit einem neuen Video, nämlich heute ist es mal ein wenig anders. Ist es ein wenig anders? Das Video, nämlich heute zeige ich euch 10 Fails in Spielen, die ich zur Zeit let's playe. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Oh nein, was machst du? Ich hätte springen sollen, ich hätte springen sollen. Einen Reste, was ist das für ein Ding, das hier ein... Das ist das Ding. Nein, 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 nein. Hey, das kann doch nicht gehen, das ist nicht dein Ernst! Oh man! Oh ich habe das 6! Ich habe ihn noch! Ich bin nicht die, ich habe, das sind schon der 6! Das ist schon der 6! So ein Träger! So ein Niemals! 2 von 15 Ton 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 7 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 16 16 17 17 18 18 19 19 So, dann war es das auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses Video anzuschauen. Und ja, dann würde ich auch sagen, das war es mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.